50 in den Schuss, das war wichtig. Die Ecke kommt rein. Ein unfassbares Tor. Macht er das stark. Bei dem Fallrückzieher hat alles gepasst. Richtig starke Aktion von ihm. Ein Traumtor. Ja, sieht man auch in der Wiederholung. Er nimmt das Risiko und wird belohnt. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genauer anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Danke. 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 Vielen Dank.